Dass ich das nicht weiß, weil ich nicht schwul bin. Ne, das hab ich bei Facebook gelesen. Das fand ich auch interessant, weil das so viele sagen. Und Swag heißt so viel wie Sure we are gay. Swag. Und das mit den Hosen unter den Arsch tragen, die viele machen. Das kommt auch aus Amerika. Und das haben in den Knast auch immer die gemacht, die für das Eindringen von anderen Häftlingen in ihren Hinterteil offen waren und dann haben sie die Hose immer untergetragen, damit das war so das Signal dafür, so ein Zeichen. Deshalb trinkt Alex das immer. Ja. Alex war auch immer, weil ich das persönlich nicht gesehen habe, aber ich bin mir ganz sicher, dass das so trinkt. Ja, ganz, ganz sicher, hundertprozentig. Alternativlos. Komm Alex, gib's zu. Siehste? So einfach war das. So gar nicht wehgetan. Nicht so wie die Aktivitäten, die du sonst immer... Also ich finde ja immer noch, dass Alex so ein bisschen s**tisch ist. Ja. Okay, jetzt darf ich wieder auspiepen. Ach, das war das Wort, dass du ausgepiept hast? Weißt du, das wusstest du nicht, was das war? Nee, ich wusste ehrlich nicht mehr, was das war. Ich wusste so pie. Warum denn? Das ist doch nicht so schlimm. Ich weiß auch nicht. Ich kenne niemanden. Denken die alle noch, das meinst du ernst, ey? Ja, oder? Ich kenne niemanden, der a**tisch ist. Ich bin zwar nicht der best friend mit den dabei, aber ich finde ihn ganz nice. Wenn man erstmal ein bisschen mit ihm ins Gespräch kommt, so dass es nicht so einfach ist, aber... Befreundet sein ist doch sehr schwer. Ich bin kein Freak. Ich bin Batman. I'm Batman. Ja, ich kann farmen gehen. I'm Batman. I'm Batman. I'm not a freak. I'm Batman. Jetzt natürlich nochmal die Frage, was braucht man zum farmen? Ich nehme einen Stick. Jetzt habe ich nur noch 20 Frames. So ein Noob bist. 20 Frames. Eigentlich sind es immer 30, jetzt sind es nur noch 19. 24. Because I'm Batman. Ja, das wird definitiv der Grund sein. Ich bin auch wahrscheinlich. Ja, nee, also auf jeden Fall. Ah, ich habe noch C jetzt, gut zu wissen. Überhaupt an Redstone-Rampen. Tobi, der ist das schon mal gemacht, oder? Jo. Jo. Wie gehen die denn? Oh, war hier gerade ein Hund? Äh, Lightstone. Ich sehe Hunde. Keine Ahnung, weiß ich nicht mal genau. Tolle Info. Lalalalalala. Wieso habe ich so wenig Frames? Ey, ich habe keine Stiggis mehr. Das ist scheiße. Wieso habe ich so wenig Frames? Kann mir das mal einer sagen? Wenn du mir die Info noch nicht gesagt hast. Ja, das wird mit Sicherheit der Grund sein. Stoll. Ich kontrolliere den Server. Was ist hier los mit den Hunden? Irgendwie kann ich die nicht mehr kontrollieren. Das gefällt mir. Hä? What the fuck? What the heck? Ja, und wo sind die ganzen noch dahin? Die verschwinden einfach. Hauke? Ja? Bist du dran beteiligt? Ne, ich bin gerade die ganze Zeit am Swimmingpool beteiligt. Ich fände es jetzt echt blöd, wenn die wieder alle verschwinden. Das ist ja echt... Das sollten wir nicht. Gebe jetzt ruhig. Ich check's nicht. Na, vielleicht magst du. Ich hab eigentlich alles, glaube ich. Wieso stehen die in der Wand drin, Herrgott? Das ist mit dir. So, dass ich mal was schaffe in der Session heute, das ist mir wichtig. Da. Sieben hab ich noch. Da von euch weißes Birkenholz, das ich mir geben würde. Hätte ich gehabt, wenn ja ich das nicht vergessen hätte, in die Truhe zu legen, vor meinem Restart. Achso. Toll. Lowstone Dusk. Ja, ich hab doch so viel von gehabt. Oh. Achso. Ach nee, ich kann doch nicht sagen, dass das schon wieder alle ist. Ach, scheiße. Komm, Herr Tunde. Ach ja, dann hab ich mir wohl keine Wahl. Geh, nimmst du mal die kleine Reise. Wieso kommt mir jetzt nur ein Hund mit? Ne, zwei, oder? Ah, okay. Da kommen sie alle. Bisschen baden. Das ist für Babyhunde ganz bestimmt gesund. So, direkt mal mutprobe-mäßig ins Wasser zu springen. Hundertprozentig. Ja? Ja. Gut. Bis dahin, du Stück. Du Stück. Bis dahin, du Stück. Bis dahin, du Stück. Bis dahin, du bist auch ein Stück, ey. Nein. Ich widerspreche dir. Okay, das sieht jetzt ein bisschen primitiv aus. Aber egal, ne? Nein. Passt du dir. Wollte ich gerade sagen. Mein Gott. Ich beschütze euch. Was für ein Diss. Was für ein Diss. Ich glaube, dass er gut gemisst, dass er a***** ist. Ja, doch, doch. Ich glaube auf jeden Fall, dass er a***** ist. Pi, 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 pi. Ja, ähm, hier, um Schilf anwachsen zu lassen, muss ich einfach nur ein Wasserfeld haben. Alex ist a*****. 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 Oh Mann, ey. Denk nicht, dass das... Egal. Jetzt nochmal zu meiner Frage. Um Schilf anzupflanzen, brauche ich nur ein Wasserfeld, oder? Ja, und, ähm, entweder Sand oder Erde. Okay, dann mach ich das jetzt auch noch. Nee, nee, ich muss los, bevor es dunkel wird. Ich muss farben. Das ist schon wichtig. Weil kein Birkenholz mehr in der Nähe ist, weil die alles abgefarmt hat, wird einer von mir sterben. Okay. Und derjenige wird wahrscheinlich mit A beginnen. Wieso? Ich hab doch was gehabt, aber ich hab mal ein Spiel neu installiert, meine Güte. Redest du so. Das war Spaß, ihn zu ärgern, oder? Irgendwie schon, ja, weil er sich so schön aufregt. Der kleine a***** Schalex. Ich muss mal eben kurz die Aufnahmen unterbrechen, um mal eben kurz zu gucken, wieso zum einen nicht so wenig Frames hab, zum anderen wieso meine Maus nicht mehr so ganz gut funktioniert. Und außerdem muss ich auch verletzen. Ach, sonst muss ich nicht. Bis gleich. Ja, warte, ich bin noch eben kurz an... Okay, bis gleich, Leute. So. Gleich wieder da. Ja, jetzt ist ja alles wieder hier, Alex, insklusive Videomaterial. Okay. So, was brauch ich denn eigentlich jetzt alles? Ich brauch Eisen. Das ist wichtig. Viel, viel Eisen. Und dazu geh ich mal in die Höhle, weil eine andere Höhle fällt mir jetzt nicht ein, außer die, die mal schon ziemlich abgefarmt haben. Wo bist du denn grad? Ich kann mit dir farben. In unserer Höhle. Die wir mal in der zweiten Aufnahmestart schon erkunden können. Ja, ich komm zu dir. Da könnte sogar noch meine Truhe unten sein. Ach, die meinst du? Die ist doch so gut aufgenommen. Ja. Egal nichts anderes. Oh, hier ist auch viel Birkenholz. Ist gut. Ich glaub, hier ist irgendwo ein Skelett. Ich dachte, du warst das. Naja, ich glaub, ich hab irgendwo ein Skelett gesehen. Ja, ich werd ja beschossen. Ach cool, die Pfeile werden jetzt in jemanden stecken. Wahnsinn, wo ist das Vieh? Ich weiß nicht, ich hol kurz Birkenholz, mir brauch ich eigentlich gar nicht. Ich glaub, ich geh mal lieber alleine farben. So, dass mir keiner was wegsetzt. Ich geh mal in die Höhle. Neckt. Da ist echt noch meine Truhe unten. Da ist aber ein bisschen was drin. Geil. Nehm ich mir mit. So, das reiht schon. Ich brauch Eimer. Für die Hölle. Alter, die Glocken bei dir, ne? Ja. Ziemlich geil. Ist die katholisch oder noch die Kirche? Was? Das weiß ich gar nicht. Na, das ist einfach so, wenn ich dann auch so neben so ein Kinderschänden... Ich glaub nicht. ... im Haus sitzen, erleben würde, ey, dann hätt ich die schon langs abgefackelt. Ach, die hätt ich sowieso schon gerne mal abgefackelt. Die geht mir auf den Stack, ey. Jede Viertelstunde schlägt die dann einmal und... ... irgendwann schlägt sie dann ein richtig langes Solo. Das ist bei Filme gucken so nervig. Das glaub ich dir. Naja. Oh, ich war auch ewig in meiner Kirche, ich glaub. Hier, nicht mal Weihnachten war ich in meiner Kirche. Ich hab grad Lava gesehen. Ja, dann komm ich mal kurz runter. Ich brauch Lava für mich. Ja, dann komm ich mal kurz runter, ich brauch Lava für mich.